Prinz Harry und Meghan Makele haben dieses Jahr zwar mehrere Projekte gestartet, aber sie haben aus einem Hauptgrund Schwierigkeiten, erfolgreich zu sein, sagt ein Kommentator. Prinz Harry und Meghan Makele wurden für ihre Geschäftsvorhaben auf der anderen Seite des großen Teichs kritisiert, da ihr Lebensplan laut einem königlichen Kommentator in ernste Schwierigkeiten geraten sei. Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben dieses Jahr eine Reihe verschiedener Projekte entweder angekündigt oder gestartet, darunter ihre neuesten Netflix-Shows über Kochen und Polo, Meghans Podcast-Vertrag mit Limonada Media. Und den Soft-Launch ihrer Lifestyle-Marke American Riviera Orchard sowie zuletzt The Parents Network, ein Projekt, das sich mit der Online-Sicherheit von Kindern befasst. Der königliche Autor Tom Quinn sagte jedoch, dass der jüngste Schritt des Paares in die Selbstständigkeit möglicherweise nicht nach Plan verläuft, da sie auf ernste Schwierigkeiten gestoßen sind, erfolgreich zu werden. Er sagte dem Mira, Harry hatte nie wirklich die Absicht, selbst Unternehmer oder Geschäftsmann zu werden. Von Geburt an wurde ihm nur eines beigebracht, ein Mitglied des Königshauses zu sein, und das hat er über Bord geworfen. Seine hundertprozentige Unterstützung für seine Frau und ihre Geschäftsvorhaben hat nie nachgelassen, aber es hat nicht ausgereicht, um ihr Unternehmen zum Erfolg zu führen. Megan ist der Beweis dafür, dass Selbstvertrauen nicht immer Erfolg garantiert. Es wird sie nicht immer zu einer großartigen Unternehmerin und Geschäftsfrau machen. Dies geschah, als das Paar letztes Wochenende in der Sunday-Morning-Show von CBS auftrat, um für ihr neuestes Projekt Parents Network zu werben, an das sich Eltern wenden können, wenn sie glauben, dass ihr Kind online gemobbt wird. Während des Interviews verriet Megan, warum das Projekt für sie etwas Besonderes ist, und erinnerte sich an ihre eigenen Kämpfe als Mitglied der königlichen Familie. Die ehemalige Suits-Schauspielerin behauptete, sie habe in ihrem mittlerweile berüchtigten Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2021 nur an der Oberfläche gekratzt, wenn es darum ging, über ihre psychische Gesundheit zu sprechen. Sie fügte hinzu, sie hoffe, dass Offenheit über ihre eigenen Selbstmordgedanken und Online-Mobbing andere retten könne. Megan sagte, wenn man irgendeine Art von Schmerz oder Trauma durchgemacht hat, glaube ich, dass ein Teil unseres Heilungsprozesses, zumindest meines, darin besteht, wirklich offen darüber sprechen zu können. Ich habe nicht wirklich an der Oberfläche meiner Erfahrung gekratzt, aber ich glaube, ich würde nie wollen, dass sich jemand anders so fühlt. Und ich würde nie wollen, dass jemand anderer solche Pläne macht, und ich würde nie wollen, dass jemand anderem nicht geglaubt wird. Wenn es also jemandem hilft, wenn ich ausspreche, was ich überwunden habe, oder wenn es jemanden in seinem Leben dazu ermutigt, wirklich aufrichtig nach ihm zu sehen und nicht davon auszugehen, dass der Schein gut ist und alles in Ordnung ist, dann ist es das wert. Dafür nehme ich einen Schlag in Kauf.